herzlich willkommen zu diesem weiteren video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone und hier geht es jetzt einmal um die sogenannte blaue stunde gold eine stunde ist es ja unter fotografen fotografen ein sehr bekannte ein sehr bekannter begriff möchte das kurz einmal vorstellen wir machen das ganze jetzt mit der app camera mx da mache ich kurze verweise darauf aber die inhalte so was er bleu stunde gold eine stunde ist kannst du natürlich daran und das wissen darum kann es natürlich dann auch in anderen kamera apps dann auch verwenden wenn du aber interesse hast für kamera mx dieser gratis kostenlosen app dann kannst du dir auch mein grundlagen video anschauen wo ich da die basics gut darstelle kurz gefasst die app eignet sich wirklich gut für einsteiger weil doch einiges möglich ist aber man nicht überfordert ist von irrsinnig vielen möglichen einstellungen ja bei blau und gold eine stunde geht es dann letztlich darum dass man zu bestimmten tageszeiten dann fotos macht weil eine besonders gute stimmung dann aus dem fotos herauszuholen ist bei der blauen stunde geht es darum und der name kommt daher weil das licht eher bläulich ist dass dann von der sonne praktische reinkommen je nach jahreszeit natürlich auch dann doch unterschiedlich und die blaue stunde sind dann circa 15 minuten unmittelbar nach dem sonnenuntergang beziehungsweise 15 minuten unmittelbar vor dem sonnenaufgang also wenn in dieser zeit unterwegs bist oder die gold eine stunde da wirkt das licht dann eher weich und warm also unmittelbar vor einem sonnenuntergang zu 15 minuten ein paar minuten davor und gold eine stunde der begriff gilt dann auch unmittelbar nach dem sonnenaufgang bedeutend ist hier auch eine gelungene beleuchtung also je nachdem was du hier auch auf deine app einstellen kannst aus einer unterschiedliche wirkung ich habe also hier dasselbe motiv zur selben zeit mit unterschiedlichen belichtungen hier fotografiert und das ist je nachdem wie ich die belichtung von einer app eingestellt habe habe ich eine andere wirkung erzielt das obere bild von seiner wirkung hier ist ein anderes als es ihm im unteren bereich ist und wieder diese belichtung einstellen kannst noch mal zur wiederholung es empfiehle sich dann hier unter umständen hdr zu aktivieren das habe ich in einem eigenen foto schon mal ein bisschen genau noch dargestellt dass wir werden mehrere aufnahmen gemacht von deiner app von deiner kamera und die werden dann von von der app so übereinander gelegt dass dann kräftigere deutlichere kontraste herauskommen gerade wenn schlechtere belichtungsmöglichkeiten da sehen das ist ja hier der fall in unserem beispiel mit mit diesen zeitpunkten wo man im fotografieren kann den blitz sollte man deaktivieren um eben diese wirkung dieser zeit da nicht zu zerstören glaubt so ein aufgrund so ein untergang werden mit blitz nicht viel ausrichten können und weitere möglichkeiten ist dann natürlich dann die ev korrektur wenn ich erinnere es da geht es darum dass man die belichtung für das gesamte bild einstellt und dass man da eben dann kurz auf das display drückt bei kamera mx und dann erscheint das ein schieberegeln da kann man die helligkeit dann einstellen und je nachdem welche welche helligkeit man eben dann einstellen wird dann die wirkung des bildes auch eine ganz eine ganz andere sein ja unterschiedliche belichtung ich habe hier noch einmal das reingenommen das ist das noch einmal deutlich je nachdem welche belichtung erwählt im oberen bereich und den bereich wird man eine ganz andere wirkung erzielen ja und last but not least geht es natürlich darum dass du sie selber die mühe machst entweder sehr bald aufzustehen oder länger eben dementsprechend aufzubleiben und dann entweder ein foto in einer zeit der blauen stunde oder eben der goldenen stunde macht also vor danach sollen aufgang unmittelbar danach oder davor und schau dann dass du da auch die richtige belichtung die aussucht dass der wert darauf legt dass das gut ist also nicht einfach abfotografieren sondern probier von wirklich mal unterschiedliche belichtungsmöglichkeiten aus und du wirst auch ganz andere wirkungen und ganz tolle der motiv ganz toll in szene setzen können ja danke für deine aufmerksamkeit und wir sehen uns dann wieder im nächsten video zur smartphone fotografie und dann